Moin, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch, 4-fach-Map 1-5 ohne Gräben und ja, wir sind hier immer noch fleißig am ernten, Feld 16 und Feld 18 sind wir dabei, Feld 14 fehlt noch, dann fehlt uns noch ein Rübenfeld, und es fehlen uns noch die drei großen Maisfelder, die wir noch abernten müssen, da haben wir auch noch mächtig mit zu tun. Na, kommt er dran vorbei? Kommt nicht dran vorbei. Jetzt kommt er dran vorbei. Ja, ist doch schön, da ist doch alles schön. Hier läuft alles, da läuft alles. Der steht rum und wartet. Wo ist mein Axion 900? Da ist er, Abfahrer entlassen. So, den fahren wir jetzt auch mal Richtung Feld 18. Richtung Feld 16 meine ich natürlich, nicht Feld 18. Wir kriegen nix mehr an Hopfen in die Brauerei, deshalb haben wir den Hopfen, bringen wir alles zum Hochsilo. Aber, das macht ja nix, oder? Da wartet ein Abfahrer auf Hopfen, das interessiert mich jetzt nicht. Ich fahre jetzt hier rum. Irgendwann werden sie mir hier die Tore zumachen, damit ich hier nicht mal abkürze. Das ist ja nun schon so meine Standardstrecke geworden. Irgendwann werden sie das machen. Bin ich mir ganz sicher. Klar ist, Axion hat durchdrehende Reifen. Ja. Das kann passieren. Kümmer ich mich gleich drum. So, aber erstmal. Erstmal gucke ich, wo denn hier meine anderen Abfahrer sind. Da ist mein anderer Abfahrer. So, dann wollen wir mal kommen. Ja, klar hast du hier durchdrehende Reifen. Das ist auch kein Wunder. So wie das hier gebaut ist. Kannst du gar nicht anders, als durchdrehende Reifen zu haben. Da, da darf ich doch bitte mal stehen. Gehst du weiter ab? Ne, gehst du nicht. Na gut, dann lass mich hier rausfahren. Und dann kannst du... Wunderbarol. Ja. Danke. Da, da. Tschüss. Da, du gehst. Ich kódige Pferde. Ja. Und dann kannst du nicht das. ja schön läuft würde ich sagen wo ist hier mein drescher der steht da hinten auch am deich wahrscheinlich genauso geknackt wie der andere hier ist ein deich schad das wollen wir erst mal wissen das geht doch wer nicht kommt hier schon nicht hoch klar ist axion 800 hat durchdrehen reifen ja toll war klar dann fahr mal ich bring das weg schön noch mal hinterher fahren der drescher ist bestimmt gleich voll der drescher ist schon voll und ich kann da gar nicht hin muss aussteigen und den manuell abtankern können Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das gibt es doch gar nicht. Wo fährt er jetzt hin? Links rum? Ja, links rum. Ich muss jetzt hier leider komplett durch die Frucht fahren, was aber ja nicht so schlimm ist. Man sieht nichts, ne? Man sieht nichts. Doch, da sehe ich eine Straße. Also. Okay. Ja, einen schönen Abfahrerkurs aufzeichnen. Hoffentlich funktioniert der vernünftig. Dass wir uns hier nicht in die Quere kommen. Das ist doch schon mal schön, dass er abladen konnte. Ja, irgendwie ein bisschen sehr schlangenlinierig heute, aber so ist das. Das ist doch schön, dass wir uns hier nicht in die Quere kommen. Ja, einmal wiegen, bitte. Vielen Dank. Ja, mal gucken, wie das denn läuft. Mal gucken. Ich bin im Moment ein bisschen ruhig, ne? Ich weiß auch nicht. Ich habe nicht so viel zu sagen, komischerweise. Ich bin im Moment. So, speichern. So, das funktioniert doch schon. Automatisch finden, am Pfarrer einstellen. Kein Drescher an Reichweite, das halte ich für ein Gerücht. So, und zu dem anderen. Fangen wir jetzt mal hin. Ach, das floppt doch gleich. Sehe ich doch jetzt schon. Der steht doch wieder da hinten am Deich. Hat noch keine zweite Runde sozusagen. Naja. Schauen wir uns gleich drum. So. Halt. So. Okay. Schön. Ja. Wie befürchtet, am Pfarrer entlassen. Meine lieben Zuschauer. Hey. Ist schon wieder vorbei. Die Folge. Also, nur die Folge. Ach, wieso mache ich denn immer aus, wenn ich einen Rückwärtsgang einlegen würde? Ich bin auch bescheuert. Ähm. Ja. Ihr wisst ja, ne? So. Mit Like und Kommentar und so. Und Abo und Besuchen bei Facebook und auf meiner Website. Und dass mich dann natürlich viel mehr freut, wenn ihr morgen auch wieder einschaltet zur nächsten Folge Let's Play LS17. In diesem Sinne sage ich Tschau. Und das wäre sicher zu sehen. Und da Megan. Die Folge ist ihnen schön! Vielen Dank.